Calvin, bietest du kostenlose Strategiegespräche an? Nein, biete ich nicht an und ich empfehle sie auch meinen Coaching-Teilnehmern nicht. Warum, weshalb, erfährst du in diesem Video. Bleib dran. So Freunde, ich muss mich ja schon fast entschuldigen für diesen Klopper, der da im Bild hängt, aber mein anderes Mikro hat den Geist aufgegeben. Und gleich vorweg, das wird jetzt kein Diss gegen Kollegen, die Strategiegespräche durchführen, ausbilden, empfehlen oder wie auch immer, sondern es wird eher so ein kleines Real-Talk-Video werden, warum ich das nicht selbst empfehle, durchführe oder wie auch immer. Zuerst einmal diese kostenlose Strategie-Sessions, behaupte ich jetzt und das unterstelle ich jetzt einfach mal, die werden überwiegend auch oder überwiegend angeboten, um natürlich ein Folgeprodukt zu verkaufen. Okay, also so wie ich das kenne von den ganzen Kollegen, wie es auch empfohlen wird, wie es auch gecoacht wird. Man bietet eine zum Beispiel 30-minütige Gratissession auf seiner Website an. Leute tragen sich ein, melden sich und dann bekommen sie einen Call, wo man mit denen redet, Empfehlungen ausspricht oder sich Infos einholt über den Stand der Dinge. Und dann ist natürlich immer die Hoffnung da, hoffentlich investiert diese Person jetzt in ein größeres Coaching-Programm. Und das passt für mich nicht. Also ich bin einfach so eingestellt, wenn ich mir jetzt Zeit nehme, um mir eine Person anzuhören, mich mit ihr zu befassen, ihr Tipps zu geben. Und die Tipps können sich ja auch darauf beziehen, eben nicht zu mir zu gehen, sondern vielleicht auch zu jemand anderem zu gehen, egal was ich empfehle. Wenn ich einer Zeit, nein, einer Person Zeit schenke, dann wird die bezahlt. Also ich mache schon hier und da mal ein Strategiegespräch. Kostet halt 500 plus Euro. Und wenn ich eben nichts dafür verlange, dann würde ich auch vielleicht denken, ach ja, ich mache das jetzt ja gratis. Ich verdiene ja erst, wenn die Person danach bucht. Also muss ja die Strategiesession so ausgelegt sein, dass die Person danach bucht. Aber ist es dann eine ehrliche Strategiesession? Und wenn ich jetzt sagen würde, nee, die muss nicht buchen. Ich will der Person einfach nur was Gutes tun. Ja, dann kannst du ja auch zwei Stunden Strategiesession anbieten. Oder, keine Ahnung, du könntest ja auch Strategiesessions öffentlich anbieten. Dann mach einfach mehr Livestreams oder so. Aber in den wenigsten Fällen geht es wirklich darum, einer Person zu helfen, sondern es geht darum, eine größere Dienstleistung zu verkaufen. Kann man auch daran erkennen, ich habe noch keinen oder keine getroffen, die eine kostenlose Strategiesession anbietet, aber danach kein Produkt hat, die das einfach nur so macht. Also, die haben alle danach noch ein Produkt, was natürlich auch zur Strategiesession passt. Und prinzipiell finde ich das jetzt auch nicht verwerflich. Das System funktioniert ja, es ist auch ethisch, für mich alles noch im grünen Bereich. Aber ich selber könnte es halt für mich nicht machen. So, eine Alternative, was ich vertreten könnte, ist, ich biete jemanden eine Strategiesession an. Das bedeutet, ich schaue, wo du stehst, was die nächsten Schritte für dich sein könnten, was dir gut tut, gebe dir schon Tipps und ich liefere gnadenlos ab. So, kostet zum Beispiel 500 Euro. Und wenn ich jetzt merke, im Rahmen dieser Strategiesessions, dass mein Coaching in Frage kommt, könnte ich sagen, pass mal auf, ich habe ja noch ein Coaching, 3000 Euro. Wenn du das buchst, bekommst du die 500 Euro der Strategiesession zurück. Aber wenn ich jetzt im Gespräch heraushöre, ich bin nicht der Richtige, dann empfehle ich eine andere Person. Und diese Empfehlung ist trotzdem wertvoll. Also, ich habe abgeliefert, ich habe Zeit investiert, ich habe gute Tipps gegeben und dafür kann man mich bezahlen. Warum sollte das gratis sein? Also, wenn ich gratis Inhalte erstellen will, dann mache ich ein YouTube-Video, mache einen Livestream, dann haben gleich mehrere was davon. So, das ist meine Einstellung. Und so wie ich keine Gratis-Strategiesessions mache, halte ich auch so gut wie nie Gratis-Vorträge auf Bühnen. Oder mache Events, die sich in erster Instanz nicht lohnen. Viele meiner Kollegen machen halt ein Event, kommen dabei null raus und verdienen nur mit den Folge-Events, die die Leute hoffentlich buchen. Und da werden die krassesten Pitches eingesetzt, die krassesten Strategien und bla bla bla. Das wäre nichts für mich. So, ich will gleich beim ersten Kontakt gnadenlos abliefern. So. Und wenn ich gratis arbeiten will, mache ich es gleich für mehrere, dass mehrere Leute was davon haben und so weiter. Und ich empfehle das halt auch nicht, meinen Coaching-Teilnehmern. Ich könnte mir Ausnahmen vorstellen. Weißt du, wenn du jetzt so ein Unternehmen bist mit 50 oder 100 Mitarbeitern und die Strategiesessions werden dann von kleineren Coaches übernommen und die qualifizieren vor, geben schon mal Tipps. Und ich weiß nicht, da gibt es sowas, wo ich sagen würde, okay, aber ich sehe ja auch viele, die ein großes Coaching-Programm haben und diese Strategiesessions auch selbst durchführen. Und wenn du als Coach einen Wert hast und dann gratis für eine Person arbeitest und dann aber später sagst, du willst einen Haufen Geld und es steht ja in keinem Zusammenhang, weil du machst eine persönliche Strategiesession gratis. Aber dann kommt die Person in ein Programm, wo sie nie wieder mit dir alleine ist, wo immer andere Leute mit dabei sind. So. Das passt dann auch irgendwie nicht. So. Schwierig. Was ich mache, ich mache wirklich, es ist kein Strategiegespräch. Und ganz ehrlich, ich muss auch sagen, ich habe das noch nie in der Fotografie erlebt. Jetzt gehen wir mal, wir sind ja jetzt beim Coaching, jetzt gehen wir mal in einen anderen Beruf rein. Fotografie, ich war ja Fotograf lange Zeit. Ich habe noch nie gehört, dass es sowas gibt, wie eine halbe Stunde gratis fotografieren. Ja, wir gucken mal, ob wir zusammenpassen, wie du vor der Kamera kommst und dann können wir entscheiden, ob wir einen Job zusammen machen. So. Gibt es nicht. So. Wenn, dann macht man es komplett gratis, aber dann steckt auch wirklich keine Absicht dahinter, später noch Geld zu verdienen. Das nennt man TFP-Shooting. Das ist ein Test-Shooting. Man schaut, so man liefert ab, aber dann wird nicht danach gesagt, ey, wenn es passt, dann zahlst du nächste Runde. Sondern, dann macht man wieder weiter. Okay. Also, es gibt kein Test-Shooting, ob dann ich dir was anbieten kann. So. Das gab es so irgendwie noch nie. Und deswegen, ich bin einfach nicht so der Fan von. Und alle, die in meinem Coaching-Programm sind, sage ich, pass auf, eine Strategie-Session kann ja auch oft der Grund sein, naja, der mögliche Kunde muss ja erstmal schauen, wie ich als Person bin, ob ich ihr überhaupt liege und dann kann die Person buchen, wenn sie will. Das ist so eine, ein Strategie-Call ist auch so ein Vorgeschmack meiner Expertise, meiner Leistung. Ich würde meinen Coaching-Teilnehmern sagen, erstelle einen Vorgeschmack auf YouTube. So. So. Oder coache jemand live in einem Livestream, nimm es auf und gebe es allen zur Verfügung. Und dann können andere schauen, der liegt mir, jetzt buche ich. So. So. Aber du kannst keinen persönlichen Coaching-Vorgeschmack geben, um dann später die Person in ein Programm zu stecken, wo sie dann wieder im Rahmen Teil von vielen ist. Also, da gibt es so einige Widersprüche. Dann haben andere gesagt, ja Calvin, dann lass doch jemand aus deinem Team so eine Strategie-Session durchführen. Und wenn das dann passt, sollen die Leute dann in die Academy. Ja, in der Academy bekommen sie mich, aber in der Strategie ist ja schon jemand anderes und der qualifiziert sie dann vor. Set-Up-Call, Closing-Call. Mein Ding ist es einfach nicht. Wenn, dann mache ich es selbst, weil ich bin ja auch selbst später im großen Programm. So. Das ist wie, jemand anderes fotografiert eine Person und wenn es gut ist, wirst du von mir fotografiert. Dann bezahlt natürlich. So. Wenn, dann teste ich das ja. Ah, das, also es passt hinten und vorne für mich nicht in mein Wertesystem. Und nochmal die Alternative, wie ich es coache, wie ich es auch empfehle. Wenn ihr eine einstündige Session anbieten wollt, weil das große Programm für die Leute zu teuer ist und sie erstmal auch reinschnuppern wollen, dann lasst euch das für ein paar hundert Euro bezahlen. Und dann bitte auch immer, wenn ihr dann reingeht in diese Strategie-Session, wofür ihr Geld bekommen habt, geht rein und liefert nur ab. Der Antrieb darf nicht sein, ihr müsst jetzt was weiterverkaufen, weil ihr habt jetzt schon Geld bekommen. So. Und wenn die Person merkt, ey, ich will mit ihr weitermachen, dann fragt sie schon von alleine. Also ich habe jetzt, ich biete Business-Checks ab und zu an, die kosten 500 Euro und ich schaue mir eine Stunde lang an, wo du stehst. Ich stelle Fragen, ich schaue es an, ich gebe dir Vorschläge. Aber ich bin keiner, der am Ende sagt, du musst jetzt in die Academy. So. Bei manchen habe ich gesagt, weil die auch gefragt haben, so, es gibt ja die Academy, wie läuft das? Okay, ich erkläre es dir. Aber bei manchen habe ich gesagt, hey, du hast jetzt Content, ich wünsche dir viel Spaß mit der Umsetzung und wenn du weitermachen willst, melde dich gerne bei mir. Boom. Ich habe verdient. Ich muss nichts weiteres pitchen. Für mich fühlt sich das so gut an. Und so unterrichte ich es auch. Und so will ich es euch auch sagen, Academy-Teilnehmer, weil dieser YouTube-Kanal war ja ursprünglich für Academy-Teilnehmer. Ist er ja eigentlich immer noch. Aber andere dürfen halt das auch mitkriegen. Deswegen keine Strategie-Sessions und wenn Strategie-Sessions, dann bezahlt. Weil ihr stellt ja eure Zeit zur Verfügung. Für die andere Person. Mich schreiben auch immer wieder welche an. Ja, ich interessiere mich für deine Academy, Calvin, aber ich würde erst mal zeigen, wo ich stehe. Und dann würde ich gerne wissen von dir, was für mich die nächsten Schritte sind, ob die Academy die richtige Investition ist. Das ist Beratung. Das ist Beratung. Ist doch scheißegal, ob er danach die Academy bucht oder was anderes. Ich berate, ich schaue an und dann empfehle ich von Herzen das Richtige. Und wenn es was anderes ist, habe ich trotzdem meine Zeit investiert. Und meine Zeit darf bezahlt werden. Ganz einfach. So sehe ich das. Und nochmal, das ist kein Hate gegen andere. Das soll kein Diss gegen andere sein. Strategiegespräche funktionieren. Die machen auch vielleicht mit einem anderen Business-Kontext, wie das danach durchgeführt wird, auch Sinn. Bei mir ist es so, ich habe die Academy, das ist meine Familie, meine Business-Familie. Und wer in meine Familie rein will, da gibt es kein, kann ich mal kurz gucken, wie es anfühlt, dein Bruder zu sein. Oder es gibt keinen Test. Also du kannst mich buchen, wir verbringen Zeit, wenn ich für dich da bin. Aber so halb gibt es nicht. So reinschnuppern. Will ich einfach nicht. Jetzt kennt ihr meine Gedanken dazu. Vielleicht könnt ihr davon was abgewinnen, an Inspiration. Ja. Daher nochmal die Empfehlung. Strategiegespräche, ja. Aber lasst bezahlen dafür. In diesem Sinne, Freunde. Danke, dass ihr hier seid. Und bis zum nächsten Mal. Vom Soldat zum Unternehmer. Von Null auf über eine Viertelmillion Follower auf Social Media. Nicht nur Coach, sondern auch Mentor. Hey Calvin, ich muss dir noch tausend, tausend, tausend Mal Danke sagen. Danke. Danke für alles, was du bis jetzt für mich gemacht hast. Das ist der Hammer. Danke für deinen ganzen geilen Tipps. Es ist so, so, so krass, wohin das alles geführt hat. Du bekommst Kelvins beste Strategien. In einem brandneuen Coaching-Format. Mit exklusiven Content und persönlichem Support. Masterminds und Live-Coachings. Der Beginn einer langfristigen Kooperation. Es wird Zeit, etwas zu verändern. Die Business Bootcamp Academy. Die Business Bootcamp Academy.